Schau mal rein, was ist das? Mist, es ist okay. Oh, und ja, warum? Ach so, da kommen auch noch welche Scheiße. Was ist das? Sie gehen sehr ärgert zu, am Gürtel. Links und rechts, die vollen Herden. Steh mal, kriegst du ein Leckerli, schau mal. Und ja, schau mal, das Leckerli. So was, ich hab das jetzt nicht gesehen. Ich schau auf die. Und dass dich von der anderen Seite mit einem Konvoi schnupft, hab ich überhaupt nicht gekriegt. Ein braver Sieger. Ich hab's mir schon fast zu sehr den Kopf runter. Ich weiß nur, dass das richtig ist. Aber mir wird's lieber, du magst dich lang. Weißt du, du magst dich gar nicht wund. Und jetzt wird's lieber ein Rennen-Kriat-Kentress-Kriat. Ja. Der Rad. Keine Ernst, ich muss nicht gleich weiter gehen. Was mit Terrapino? Na einfach. Das ist der Schauer. Aber der ist jetzt hier. Ein bisschen Dünn, wenn du willst. Dann müssen wir uns anschauen. Wie? Das ist ein Mist für dich. Das ist wahrscheinlich euer Pferding. Wie? 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 Wie?